Woche 48 Der stille Weg ins Unspektakuläre Auf dem inneren Pfad erlebt man eine Lichtung in der Ich-Struktur und auch die daraus folgende Freiheit und Freude. Doch immer wieder macht man auch die Erfahrung, dass sich die alte Struktur wieder verfestigt und sich entgegen den unglaublichsten spirituellen Glückserfahrungen und inneren Erlebnissen auch nicht auflöst. Hier ist man an einem wesentlichen Punkt angelangt. Es geht nun um den unspektakulären Pfad, sich in der Stille Radha und Krishna wirklich anzuvertrauen. Auch dann, wenn einem vielleicht lange Zeit keinerlei außergewöhnliche Erfahrungen mehr geschenkt werden. Dieses Anvertrauen ist viel wesentlicher als alle spirituellen Erfahrungen, denn es geht der Auflösung des falschen Ich-Gefühls auf den Grund. Man dringt zum Kern menschlichen Leidens vor, der Gleichgültigkeit gegenüber Rade-Shyam. In der stillen Auslieferung zum heiligen Namen entfällt dann alles Spektakel. Ohne Rauschen, ohne religiöse Ekstase, ohne den enthusiastischen Reigen beim Singen spiritueller Lieder und auch ohne erbauende Gemeinschaftserlebnisse. Man schaut von sich weg und will im Namen nur noch ihnen dienen. Die Antwort Gottes auf das Gebet ist nicht eine außergewöhnliche Erfahrung, in Klammer, die Hoffnung darauf wäre ein Ausdruck eines kindlichen Wunderglaubens, sondern ein ganz still und unspektakulär erwachsenes Grundvertrauen, welches so tief in der Seele Fuß fasst, dass kein noch so unerwünschter Umstand in der äußeren Welt dieses wieder zu stören vermochte. Gottes Erwiderung darf ganz still im Herzen geschehen, in Form eines verstärkten Urvertrauens in ihn. Man erfährt Aufgehobenheit in ihm und Sorglosigkeit durch ihn. Dadurch wird das ganze Mühen um außergewöhnliche Einwirkungen unnötig und überflüssig werden. Man darf nun aus dem Wunderglauben heraussteigen. Es war ein Gebilde, welches am Glauben hing, dass Gottes Antwort auf das Gebet sich durch das Durchbrechen von Naturgesetzen bemerkbar machen würde. Dies wäre eine Einbahnstraße auf dem inneren Weg. Wenn man eine körperliche Heilung als größere Gnade betrachtet als die Nichtheilung und wenn man die erfahrenen Wunder als eine tiefere Gotteszuwendung identifiziert als die Wüste der Geschehenslosigkeit, bedeutet dies, eine Sackgasse für den Gottesweg zu halten. Gottes Liebe bedeutet, dass man Krishna nicht erfahren möchte, nicht mit ihm zusammen sein möchte und ihn auch nicht bei sich haben möchte. Denn Gottes Liebe besteht aus Seva-Riti, der unaufhaltsamen Grundhaltung, Leben für Leben einfach nur zu seiner Freude zu sein und ihm zu dienen. Dies wird Krishna anziehen. Die Distanz zwischen uns wird von ihm zurückgelegt. Verabschiedung